Hallo meine Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Ich habe ja schon geschrieben, dass in den letzten 90 Tagen über 20.000 neue Followerinnen und Follower dazugekommen sind. Erstmal ganz herzlichen Dank. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen, damit ihr mich auch mal kennenlernen könnt. Mein Name ist Martin und das ist Deutsch mit Martin. Aber bei Deutsch mit Martin gibt es nicht nur mich, sondern es gibt auch noch andere Lehrerinnen, zum Beispiel aus Vietnam oder aus der Türkei. Und wir bieten Online-Kurse an. Das also schon mal am Anfang. Ich bin hier natürlich nicht alleine. Jetzt möchte ich mich mal ein bisschen vorstellen. Ich wohne in Leipzig und ich unterrichte schon seit vielen Jahren Deutsch. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Meine beiden Eltern waren Deutschlehrer. Man kann sagen, dass Deutschunterrichten meine Leidenschaft ist. Ich habe aber auch noch ein paar andere Hobbys. Zum Beispiel mache ich gerne Origami. Ich gehe gerne wandern. Ich fotografiere gern. Ich mache gerne Videos. Das kann ich ja wunderbar verbinden. Vor Weihnachten backe ich sehr gerne. Ich höre natürlich gerne Musik. Und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch wieder mehr lesen. Ich bin einfach ganz glücklich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ihr meinen Videos folgt. Ich freue mich, dass ihr so fleißig kommentiert. Und ich wünsche euch allen wirklich ganz viel Erfolg beim Lernen. Ich möchte euch wirklich sagen, ihr schafft das. Ihr könnt Deutsch lernen nicht aufgeben. Bitte macht immer weiter. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sage Tschüss.